Was brauchst du nicht? Ja, achja, auf dem Touchspielen ist es nur eine Karte. Excel hängt. Oh, das ist die Final Fantasy 14, wo sie... Nein, ist sie nicht. Das ist Final Fantasy 4. Ich fang auf den Karte. Sie ist der Karte. Sie ist der Karte. Sie ist der Karte. Ja, ich kaufe die Karte. Also schreibe ich mich an ihren Karte. Und das ist sehr gut, dass jeder SDon. Das ist know ich. Der Karte ist ja Sekret. Das ist ja so schön. So geht das normalerweise weiter. Das Remix bei Dissidia, das ist geil. Vielleicht können wir jetzt auch mal einen Zauberflug hier zum Beispiel. Feuer! Wann der nicht drive sich genauso wie die Teile auch verflächelt? Natürlich nicht. Steuert sich einen Tacken bei Panzermäßen. Nein, Spaß beiseite. Steuert sich ganz gut. MBS halt. Wissen wir halt ein bisschen was kompensieren von wegen... Du hast halt kein zweites Steuertort für den Arm. Also schreibst du mit X durch. Irgendwie... Aha. You click the switch. Machen wir den noch zu Ende beim Schluss. Den ist es nicht so. Oh Gott, Baby! Geh drauf! Ich kann den Kabel nach. Ich finde es richtig gut für dich. Ja, ich kann es. Thunder Bonus Mayade